so willkommen zum finale hier frankreich gegen deutschland bei der europameisterschaft 24 mpb griezmann die spieler mit voller kapelle dass man rabioturam spielt deutschland sané gnabry frühkrug ich verstehe gar nicht warum muss hier nicht spieler muss hier dann wird was will der mit sané mit gnabry so eine geile spiele noch keine großen aktion aber im spiel es kommen die franzosen mal schön gemacht von kolomiani alle jugo eine wunderschöne grüß ich mein lieber kommt genau rechtfertiger zum finale frankreich gegen deutschland hier bei der europameisterschaft wir haben es mal hier vor sowohl die adresse ich hoffe alles gut bei dir den hoden sagt in kaltes wasser hängen habe ich schon gemacht habe ich schon gemacht bei dem springer wo ich bis abzukühlen wenigstens mein eier abzukühlen wasser und die franzosen hat nicht nur einmal da muss man tatsächlich muss man ja schon parma machen so zwischen fünf bis zehn mal würde ich empfehlen jeden am besten somit ist eine eistonne eis oder besser eiger jugo was ich dir sagen wollte ich habe mich bei der ups habe ich habe ich geworben ich habe eine bewärmung geschrieben nach langer an hier noch gar nichts ja deutschland mit viel gut bin gespannt wann sich melden werden ja genau wäre schon echt nice naja wäre schon echt geil da die franzosen ist ein bisschen bissiger und was treibt die so rum bei dem wetter leute was habt ihr so schönes vor oder was macht ihr so schönes als er kaum auszuhalten also 30 grad gestern ja bei uns in hannover hier sonne und heute das wird es glaube ich nicht kühler heute um halb neun ich gehe raus ich wollte zum auto über meine kinder weg zum kindergarten krippe ich gucke dinge auf dem pachhof 26 grad und das noch um halb neun alter 26 grad wohnen geht's dir gönn dir mal besser gönn dir leider nicht ja also wenn das jetzt leider nicht also ich bin ja dings ich bin auf der suche nach der arbeitsstelle und ich denke mal wenn ich jetzt in arbeit habe der bernse wir werden werden werde erstmal durch krippeln deutschland mit der mega chance ich hoffe nächstes jahr ne ich werde auf jeden fall dings jahr serbien familie besung abgeben ich werde auf jeden fall direkt als mein ding geld zur seite packen diga meine frau war noch nie in der türkei sie möchte gerne in türkei die kinder waren ja auch noch nie in türkei schöne so all inklusiv diga ich bin antaglia mäßig ich komme ja aus antaglia ursprünglich für zwei wochen zwei drei wochen weiter mal schauen hätte ich schon echt bock drauf das ding ist wenn man so jetzt kommt riesen mann das ding ist wenn man sich dann noch autos mietet autos irgendwo in der türkei sonne es ist extrem günstig diga ja das ist so günstig dann autos zu mieten ja würde ich jeden empfehlen hier anstatt irgendwie mit dem bus im shuttle im grund zu fahren was er sehenswürdigkeiten so was angucken da bezahlst du für den tag wenn du ein auto ausleisten schon links also ich meine jetzt nicht so ein kleines auto ich meine jetzt so mittelgroß also dings bmw 3er mäßig so ne lasst mich lügen zwischen 15 und 20 euro bezahlt du alter pro tag für den wagen das ist gar nichts gar nichts nee er ist auch ein bisschen günstiger als hier so oder mit euro dahin kommst ich habe mal einen druck gestern gesehen über vietnam erkennt jetzt allerdings wie heißen dieser typ der immer bei kabel 1 auftretet er macht doch mal diese dings peter giesel peter giesel kennt er hat ja so eine sendung halt sind allerdings kabel ein zimmer weiß aber jetzt wird die sendung aus allerdings die heißen die sendung weiter als acht und abzocke acht und abzocke er war und ja genau achten dankeschön der war in vietnam letztens und da hat er hat er sich irgendwie so dings er wollte also betrüger entlarven worum ging es da erst mal wenig geld umtauschen die haben ja eine ganz andere währung wenn du zum beispiel euro dahin gehst ja ich war ich kenne ich weiß es nicht ich habe vergessen was für die währung die haben da auf jeden fall da muss man aufpassen auf jeden fall dass man da nicht aufs genommen wird selbst von den geldautomaten da sind immer so sehr geldautomaten wo du halt dann das geld umtauschen kannst oder geld abheben kannst wegen gebühren dies und das halb sondern das machen am besten immer so wenn ihr da seid immer so irgendwo im juwelier eingesetzt geld umtauschen da ist der kurs auch korrekt und so was halt so ne aktuell hat er gesagt so nur in seinem video dann ist noch ein weiteres thema alter was waren wir jetzt da war noch was anderes alter aber dann ging es doch um das essen oder weiß jetzt nicht mehr ja ich auch ich auch und da kannst du ja dings ne also wenn du wenn du wenn ich sag mal so wenn du jetzt die rentner bist und dann macht allerdings ziehst du komplett um oder was weiß ich nach vietnam auswanderst ne ja da kann er wohnst ja ein luxus das ist ja sowas von günstig das land alter also dings ein schönes essen da hat er gesagt ne peter giesel wenn du schön essen willst das allerdings ab 1,50 die minuten auch und sowas halt ne extrem günstig ja ne ja aber ich würde aber trotzdem ja wäre das mal für mich zu riskant alter wenn ich schon selber aus der ecke kommt wie an und das ist ja kein problem halt ne du kennst du kennst du das land und dies und das aber jetzt als deutscher jetzt würde ich jetzt nicht dahin gehen wollen jetzt ne stell mir vor irgendwas passiert da und ist seine familie dort antreffen digga an diesem das dauern ja dauert ja auch schon so ne so paar tage hast du die mann da ne da werden wir uns ehrlich jetzt allerdings überhaupt hier vorne ist das jetzt joker dann bist du ja meint jetzt märz irgendeiner meint mal digga ich weiß nicht mehr wer das war im chat hier auch ein bisschen bei uns im disco alter ich werde nachdings auswandern nach vietnam alter oder war das thailand ich glaube nach thailand meinte er damals nicht wird er ist immer gefährlich wer auf abenteuer so steht spaß haben möchte dann der kann sich immer so was zutrauen aber ich nicht alter vor allem wenn du die alles hier aufgebaut hast in deutschland so was halt ne haus und was ich familie dies und das ist schwierig da ja wenn du alleine lebst und so ist kein problem und so was dann nur zu ich habe ja schon so familie eingehört habe ich ja in der türkei so ne aber jetzt jetzt nicht so wie kusen sind alle hier kusen tanten onkels sind alle hier wenn wir so bekannte haben dann von meiner omas seite zum beispiel so meine omas omas geschwister das lebende halte aber sonst sind alle hier drüben ja lassen hier im letzten großen bühne wurden ja das war nicht gut von kantier den kantier kolomiani ja ist auch nicht teuer aber das warst du schon in der türkei wenn du deine haus kaufen möchtest aber bauen möchtest das ist nicht teuer es ist auf jeden fall wesentlich günstiger als hier in deutschland ich kenne viele leute arbeitskollegen so ehemalige arbeitskollegen in den jungen jahren so sagen wir mal so zwischendings 20 25 so die angefangen haben dort ein haus zu bauen und deine familie ist ist auch hier so allerdings auch so ein drüben serbien das ist ein spannendes spiel da muss man ja nicht sagen von dem papier hat man gar nichts zu sehen deutschland hat mehr vom spiel auf jeden fall bei besitz alles gar nichts das gar nichts überlegt mal ich habe für meinen bmw meine bmw kombi was ich damals geholt hatte eigentlich bezahlt den 26 5 wenn wir auch auskommen können zum beispiel sondern als beispiel so er hat ein haus aber ich habe es verkauft weil es nicht nötig lohnt und dann kostet ja ich weiß nicht wie das bei dir ist macht ihr denn jedes jahr urlaub in serbien oder bist du mal so oder seiten so hier nächstes jahr zum beispiel kai übernächstes jahr in griechenland oder in drei jahren wollen wir nach italien oder dann in vier jahren wieder nach serbien weißt du so einer oder bist du so der eine der typ jedes jahr serbien 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 bei mir ist zum beispiel so brauche ich muss nicht jedes jahr in die türkei ich muss nicht jedes jahr in die türkei kann auch mal so zwei drei jahre abstand sein irgendwie sowas wenn ich jetzt nächstes jahr in die türkei möchte gleich mal so übernächstes jahr irgendwo anders wieder hin keine ahnung so sagen wir mal portugal oder so griechenland mäßig sein was ich meine ich muss nicht immer so nein jetzt wo ich jetzt nicht mehr habe muss ich ja nicht mehr hin früher war es immer dorthin ja obwohl ich fährt ja mit auto dahin die fahrt und mit autos also lieber fahren mit als im dienst fliegen fliegen lohnt sich glaube ich ein lieber mit autofahren dass man mal was gesehen haben ja genau was macht er super spannende spieler da hier muss man sagen ja zwischen frankreich und deutschland also geht schneller bis eine halbe stunde bist du da wahrscheinlich dann halbe stund nicht aber das stunde stunde 50 ja stunde stunde 30 meine ich bis zur türkei braucht man schon links drei dreieinhalb stunden ja bis dahinter brauchst auf jeden fall drei dreieinhalb stunden was macht er aber er geht tatsächlich eine verlängerung alter heftig florian witz ist gerade drinnen brand ist aber ja ok und ist drinnen sunny ist draußen genau wie ich draußen und 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 Ja, schön gespürt zu Brand. Oh, schön, Emde. Das wär's noch, der Türke macht es, äh, schießt Deutschland zum Europameister. Äh, so Verlängerung, ne, tatsächlich. Ist eigentlich Serbien noch eigentlich mit, äh, sind die schon draußen eigentlich aus der links, aus der Europameisterschaft, oder sind die noch dabei? Boah, schön gemacht, mal Henrichs. Ah, die Jemi ist jetzt vorne. Erinnere ich's mal, ist so ein gutes Spiel gerade, in Frankreich. Boah. Schade, ja? Ja, genau, die Ukrainer auch, Alter, ja? Ukrainer haben auch gut gespielt gegen Belgien, ja? Hätten sie eigentlich gewinnen müssen, eigentlich, bei den Torschen, äh, von den Möglichkeiten her, so, ne? Georgian, ganz stark, Alter. Zum ersten Mal dabei, überhaupt bei der EM, ne? Und haben sich, äh, Dings, ne? Haben sich so gut verkauft, Alter, in der Quali. Äh, Dings, ich mein, Dings, in der, in der Gruppenphase. Ja, aber, Dings, ja, Dings, hast du das Spiel gesehen? Die spielen trotzdem scheiße, ja? Guck mal, ich weiß nicht, was der Trainer, ist der Italiener, Montella, ne? Seit drei Spielen, spielen die ohne Stürmer, Dings, wir haben gar keine festen Stürmer da vorne. Wir haben keine festen Stürmer da vorne. Und obwohl Tschechien mit, ab der 20. Minute war's, glaub ich, mit einem Mann weniger gespielt haben, ähm, äh, die waren gefühlt besser, also, aber, was meine, sie haben gut mitgehalten, Alter, obwohl die einen Mann weniger waren. Von den Türken kam gar nichts. Anstatt mal jetzt mal, okay, jetzt mal eine richtige Stürmer reinzubringen, zum Beispiel so, ne, den Sack mal zuzumachen. Das, äh, das, ja, das, ja. Gegen Portugal war unterirdisch. Gegen Geulgen haben sie gewonnen, ja. Jetzt dann auch, Alter, aber 16 Karten, irgendwie, das sind 16 gelbe Karten, Alter, gestern verteilter Schiri, ne? Junge, junge, junge. Äh, bei den Türken sind alle, fast alle Spieler verwandtiger, äh, wen gelbige hatte, wir wissen, wir wissen gar nicht mehr, wie wir gegen Österreich spielen wollen, müssen es mir überlegen. Packen sie zwei Stürmer in die Verteidigung, zum Beispiel rein, sowas, sowas halt, ne? Spieler gegen Österreich am 2. Juli. Und, äh, Spieler verletzt oder gelb, äh, gelb gesperrt. Ja, ja, der 20er, ich glaube, der mit den, äh, blonden Haaren, meinst du? Über 10 mit den blonden Haaren, ne? Der an der Seite mal so herumlieft, ne? Hoch, runter, hoch, runter. Nummer 20, Alter. Boah, Griezmann! Boah, da ist es! Boah! Boah! Nationalmannschaft. Wo war das aber? Ach, Ferdi, okay, gut. Ja, ja. Ich weiß, wer du meinst, ja, den, auch den Außenverteidiger. Äh, Dortmund will den ja haben, ne? Dortmund, wo ist der Dortmund? Du, 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 du musst mal überlegen, Digga. Die ganze Hoffnung, die ganze Hoffnung, der Türkei, ne? Muss weiterkommen, was weiß ich, Alter, ne? Liegt auf dem Schulter eines 19-Jährigen, überleg mal. Und das ist Arda Güler, der zum ersten Mal bei der Europameisterschaft dabei ist, halt. Auf der großen Bühne muss ich mir überlegen, Alter. Was für eine Verantwortung, ne? Wir haben gar keine anderen Spieler mehr. So, quasi. Der, äh, der Trainer kriegt sogar ne Shitstorm, Digga. Warte mal, Verlängerung. Der Schiri, äh, äh, also Schiri sag ich. Der Trainer kriegt ne Shitstorm, weil er, weil er, weil er ihn in Portugalspielen nicht von, Dings, von Anfang an spielen gelassen hat. Muss ich mir überlegen, Alter. Ähm, Richie, Dankeschön für den Fall, mein Lieber, herzlich willkommen. Ein wunderschön. Ja, ne, Digga, 19 Jahre, ich bitte dich. Wenn das jetzt, äh, wenn, äh, wenn, äh, wenn Arda Güler, ne? Wenn das jetzt wie Messi wäre, oder so Ronaldo. Ronaldo, ne, damals in dem Alter, so, ne? Dann würde ich sagen, okay, Digga, ne? Aber, Bruder, Digga, äh, er ist kein Stammspieler im, 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 im Vereinsfußball, im Verein, ne? Spielt zum ersten Mal so ne, so ne, so ne, europäische, oder, äh, äh, der Europameisterschaft mit dabei. Dann kannst du das nicht machen, Bruder. So ne große Last halt auf dem Schulter eines 19-Jährigen, äh, draufpacken, weißt du? Kannst du nicht machen. Ja, natürlich, das, das meine ich, genau, das meine ich. Das ist ein, äh, dinges. Du weißt, er bei uns. Nice kids, thanks, man. Richie, thanks. Äh, bei uns ist ja immer so, äh, wenn wir ein Spiel gewonnen haben bei der Europameisterschaft, denken wir, wir sind Europameister. So ist das bei den Türken. Was sag ich mal, ne? Gleich Autokursor, bis zum Gehtnichtmehr. Am besten gleich, äh, Halle Mieten und dann mit 5000 Mann in Feiern, Alter. Wie auch so ein türkischer Hochzeit, weißt du? Hast du grad mal ein Spiel gewonnen, Bruder? Boah, schönes Ding von Kabaminga. Nein, nein, ich hab nicht gemacht. Ich hab, ich hab gestern in der Shisha-Bar, hab ich geguckt, den gab's einen. Nee, oder? Äh, diga, ich hab ne Clio, ich fahr gerade momentan Clio, Mann. 2002 Baujahr. Ich brauch doch gar keine Autokursor bei, damit, mit dem. Was sag ich mal denn? Wenn ich mein BMW damals noch hätte, wär ja kein Problem, aber nicht noch mit dem Clio, diga. Über 20 Jahre alt, das Ring. Peinlich, ja? Musst du mir mal anhören, wie die Hupe so klingt bei dem Clio, halt, ey? Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Als ob da so ne, so ne Ding, so ein Schaf bläht, weißt du? Hörst du das an? Naja. Es gibt ja so verschiedene Dings, äh, so lustige Hupen, so, ne? so also mäßig so ne ich wollte mir so einst mal spaß ist einmal so wohl halt da bei amazon für die tue bei mir ich habe gestern nicht mal einen döner gegessen auf den sieg was haben wir nur eine schichter gebraucht was ist jetzt deutschland ist das die entscheidung nein schade deutschland schade 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 das ding ist vorbei glaube ich noch eine möglichkeit vielleicht frankreichs europameister schade 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 schade